Schlagt irgendwas gleich kaputt? Delfinio komm her, ich hab nochmal was zu tun für dich Musst die mal kaputt schlagen lassen Hey, das ist ein Flammenwerfer, toll Nein, nur Munition Nur Munition, die Waffe bekomm ich nicht Auf 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 Meine Kondomine, hey Kann ich nicht mitnehmen Auf Auf Nichts, nichts, nichts Nichts, nichts, nichts Nichts Nichts, nichts Hä? Hä? Na, ich flieg noch einen Moment weiter Habe noch zwei Sekunden Spiel steht Super, jetzt suchen wir noch eine halbe Stunde nach, was auch immer Keine Ahnung, was ich noch holen muss tun Technisch Oh, ich habe keine Munition mehr für dich, toll Warum mache ich jetzt keine Munition mehr? Ich habe doch alles getötet, alles mitgenommen und so ist und überhaupt und alles Oh, da hinten war ich schon mal drin Ja, ja Hier Kann ich den Gang da hinten überhaupt öffnen? Ja, die Zeit ist um Aber was Neues, die Zeit ist um Hey Aber dann komme ich auch nicht mehr rein Da komme ich auch rein Aber dann bleibe ich auch nur wieder da Ja Hey Kumpel Ich habe ein paar Raketen fertig Einer hat mir beigeschossen, aber das macht ja nichts Ich habe nämlich noch dieses Einzelschuss-Ding Dieses Einzelschuss-Ding ist total effizient und wirkungsvoll und Es ist so vernichtend Ist ja auch Level 3, also Power Level 3 Können wir selbst ein paar Schwebeminen aussetzen, aber ich glaube nicht, dass das Ding des Schwebeminen überhaupt interessiert Aber ich versuche es halt mal Es fliegt einfach da durch, das interessiert das Ding nicht wirklich Spiel steht Toll So, aber noch eine Stunde nach dem Scheiß-Drecks-Ending, ja warum nicht Warum denn nicht, hey Ach, ja, ja, ja Putsch mal, das auch immer Ach, komm schon Halt die Fresse Stirbst du bitte mal Und gib mir was auch immer ich noch brauche, um hier rauszukommen Da haben wir eigentlich keine Raketen mehr Warum stirbt das hier nicht endlich mal? Ich habe doch schon unzählige Raketen dann geballert Und es ist auch durch meine Schwebeminen gefahren Und es fällt auch durch die eigenen Schwebeminen, das müsste doch irgendwann mal sterben Ach, sterb irgendwie mal Komm schon Ach, ja, Schwebeminen Wie kreativ Hängt immer was Neues aus Ja, ja, bla bla Es liegt doch nicht die eigenen Schwebeminen, das müsste doch irgendwann mal sterben Sterben Stirb Ach, jetzt stirb schon Sterb Doch Endlich Leckt mich noch am Arsch Lalalalalalalalalala Lala Noch ne Schwebemine Ist ne Scheißegal Ja, doch Endlich Es muss irgendetwas sterben Ja, macht die Zahl noch größer Ich kann nämlich nicht lesen Ich bin nämlich blind Dank Auflösung ist Text nun mal unglaublich schwer zu lesen, ne Schlieg in die Luft Mein nach, wieviel Raketen? Acht Stück? Und drei Schwebeminen von mir und noch ein paar von deinen Das muss doch irgendwann mal was bringen Hallo Ach, ja Nein Halt die Fresse Und dann komme ich wieder hier raus Hey Ist es nicht toll Es ist der eine Gegner, der ich noch töten kann Sollte noch wieder zurück an den Start Haben sie doch das extra gesagt am Start Also wenn das Ding zu killen nichts bringt, dann hab ich keine Ahnung Oh, es ist noch bringt Äh Stirb doch einfach Stirb dann Ja, ich kann die Zahlen nicht lesen Bin ich blind So wie die Programmierer Die das Spiel programmiert haben Oder die Tester, die es getestet haben Die waren auch blind Oder haben wohl nicht gewusst, dass man auch auf anderen Schwierigkeitsgrad hat Dass man leicht spielen kann Hallo, sterb Ach jetzt sterb doch endlich Ach weißt du was Ach, kriege ich vielleicht mal wieder Munition Ach, kriege ich vielleicht mal wieder Munition Ich brauch eh kein Leben mehr Ach, hab ich es nicht gleich so gemacht Keine Ahnung Ja, ich krieg die Schwebeminen Damit komme ich jetzt bestimmt raus Zu Zu Ich fliege jetzt rauf Um dann zu sehen, dass hier nichts ist Ach Ach Das war doch der Templer Er stößt halt beim starten von einem neuen Spiel Ach, ja Ist mir auch egal Ach Komm, der zweite Text nochmal Ja, schön So, sie sind in den zentralen Kristall Aktivieren sie hier wieder Bis 18 in die innere Kammer Und vernichten sie den Avatar Da ist nicht gelungen Es kennen sie hier wieder zurück Und fliehen sie Da gibt es überhaupt keinen Sinn Dass ich den einfach so töre So und Wie flüchte ich hier jetzt, ne? Wie? Ach so Und jetzt? Oh, sag's doch gleich Ja Ein Kristall von so far 6 Goldbands 219,240 Ein Siegel von 5 Blablabla Blablabla Oh, das ist noch nicht mal mehr Deutsch hier Ist ja wunderbar Machen wir uns gar nicht erst die Mühe Irgendwas Deutsch zu machen Aha Was? Ach ne Faser Elite aus Imperial Forces Imperial Forces Imperial Theokratie Die Imperial Theokratie Die Imperial Theokratie Ne Doch Passt schon Ja Es genervt von ihren Zügen Keine Ahnung Ja Bist im Tempel gefangen Blablabla Kommt keine Einweisung Hey 0 von 136 Hey Cool of life Actual Life will heal you win Was? 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 Warum jetzt? Warum nicht im letzten Level? Warum nicht im letzten Level? Warum heißt jetzt? Jetzt Wirst du wieder mal sterben Jetzt geben sie mir das Jetzt Jetzt Was? Oh F*** dich Jetzt Jetzt Mal treffen mit irgendwas Ich geh erstmal rum Baden Ich fuhre meinen Stil dring auf Was total super funktioniert Was total super funktioniert Dass sie mich überhaupt nicht treffen Ich muss mal das Ding loswerden Jetzt geben sie mir so einen Scheiß Jetzt Jetzt Was ist denn das für Müll? Das ganze Zeit drehen sie mir dann in die Fresse und dann gehen sie jetzt 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 Ach, nö! Deswegen soll ich mich verpissen. Ich mag es nicht. Das ist genauso scheiße des Transpuls-Ding, Dreckswumpf. Ich schieße mal dich ab, du merkst mich auch. Hier steht. Hey, warum denn auch nicht? Ich muss noch mal stehen. Das ist so leichte Probleme, mich zu treffen. Die werden aber nicht geheilt, wenn sie da drin sind, oder? Nein, definitiv nicht. Jetzt geben sie mir sowas. Jetzt! Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es. Ich habe schon erwähnt, dass ich es hasse. Ich kann nicht beschreiben, wie sehr ich es hasse. Pulofleiß ist Dormant. Was meinen sie nicht? Oh, was ist das denn? Ich kann es anscheinend nicht töten. Dann beschäftige ich mich auch nicht weiter damit. Was meinen wir denn mit Dormant? Was heißt Dormant, hey? Deaktiviert, oder? Hallo! Ist das doch irgendwie die Luft hier ein? Ah, door is now unlocked. Okay. Was soll? Boah, er ist so ihr Arschgesicht, ey. Apropos Dormant. Das heißt, wenn ich jetzt zurückfliege, funktioniert er nicht mehr, oder wie? Nein, er funktioniert nicht, wenn ich zurückfliege. Sehr gut. Das ist wahrscheinlich nur total mal hin, so dass er deaktiviert wird. Trink mal einen Schluck. Das ist leer. Nächster. Zwei. Machen wir auf. Die sterben. Oh. Erst sichern. Dann das Ding nehmen. Sind sie denn? Ich habe jetzt irgendwie mit 12 Milliarden Gegnern berechnet, weil ich jetzt hier schon wieder ein Nachbrenner bekomme. Oh, hier geht man spawnen. Ich habe immer noch Nachbrenner. Den Afterbrenner, ja. Super, wie es halt echt schafft, von 22,50 Schild runterzukommen, ohne... Ah, f***, der Nachbrenner taugt nix. Das bleibt doch da. Trefft sich doch sonst nicht. Founder Secret Area? Wo denn? Wo haben wir jetzt ein Secret Area gefunden? Ich könnte hier auch mal die Sass-Kanone nehmen. Jetzt kriege ich mal einen Laser. Mir trifft doch wenigstens was. Was? 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 Spiel steht. So sollen wir damit. Macht überhaupt keinen Unterschied. Ist noch schlimmer. Nee, aber ich habe Abstürze. Hey, ist es nicht toll, wenn es abstürzt? Gibt es was Schöneres, wenn es Spiel abstürzt? Ich kann mir nichts vorstellen. Und da verabschiedet sich auch schon mal. Wieso war mir das klar, dass solche... Ja, komm! Dunkelflex von vorne! Dürf die Tatsache, dass ich mehrere Seiten nicht gegen mich verwenden... Ah, das war noch bevor. Ja, toll. Ganz toll. Das ist ja wunderbar. Echt herrlich. Einer ist tot. Full Power Level. So ist schon mal eine Verbesserung. Uiuiui. Uiuiui. Da sind noch ein paar Raketen. Vielleicht mal ein paar zielsuchende Zielsucheraketen. Also solche, die auch hier ziel suchen und ziel suchen sind. Da ist no unlock. Brauch immer, dass bisher verschlossen ist. Und wieso das jetzt entschlossen wird? Das ist doch kein Tor. Das ist eine Scheibe. Dann wirft man ein Stück Keramik rein, wenn gut ist. Don't hang about. Was meinen die damit? Boah, wo kommen die alle her? So, erstmal ein nach dem anderen ausschalten. Kleinigkeit. So, wir fliegen nochmal zurück. Wenn das denn noch geht. Ich glaube, es ist noch eine Emotion. So. Da noch was mit. Wir haben keinen Nitro. Sehr gut. Wunderschön, wunderschön. Noch 120 Gegner vor mir in etwa. Ach ja, ich habe da noch ein Secret Area vorhin gefunden, oder? Wo war denn das? Ich habe irgendwie... Also ich bin... ...da runter... ...gekommen und habe irgendwie vier Ego hingeschossen. Ich bin aber hier hinten hin, oder? Oh. Ich habe sie gesehen. Jetzt muss ich nochmal zurückfliegen, oder was? So, also ich bin... ...von da gekommen und dann habe ich... ...nein. Wo habe ich denn da hingeschossen? Achso, ich muss einfach nur da hinschießen, dann. Ah, vergiss es. Vergiss es gleich mal. Munition. Aber nur die Waffe dazu. Die ich wahrscheinlich nicht finden werde. Schöne diese Kack-Schlangen. Ich hasse diese Schlangen. Überall sind sie. Ich hoffe, die Videos werden alle asynchron. Ich habe synchrone Videos nicht verdient. Ich kann auch da lang, okay. Bin ich da lang? Nein, aber... Geh auf. Bleib offen. Nein, nicht da rein. Leck mich. Es leckt mich schon. Guck mal, die spawnen nachher rutsch. Ach, sterb. Du musst sterben. Auf mehr. Ist das gesündeste für dich. Okay.